So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet. Ich glaube, das sage ich sonst eigentlich immer nur bei Ramses Kitchen. Und zwar seht ihr hier noch einen Counter laufen von 2 Minuten 40. Da gab es ja gestern auch ein bisschen Verwirrung. Dieser Sternenstaub-Bonus, ihr seht ja auch, wenn ihr hier drauf drückt, Herausforderungsbonus, zweimal Fang, Sternenstaub. Also, gestern war der 13 Uhr schon abgelaufen, aber 13 Uhr hat sich das nochmal verlängert, um 24 Stunden, war sehr verwirrend. Weil eigentlich stande hier ja sowieso eine Zeit, die erst heute 13 Uhr abläuft. Während hier drin eine Zeit stand, die gestern 13 Uhr abgelaufen war. Das waren also zwei verschiedene Dinge. Ich habe insgesamt jetzt 61 Raids gemacht. Vom Eventbeginn an ist nicht so viel. Ich habe ja eh schon meinen 100er Demeteros bekommen. Ich werde ja am Mittwoch in der Raidmania sowieso etliche machen mit euch. Ihr ladet ein und so weiter. Deswegen brauchte ich nicht vorher schon so viele machen. Diese zweifach Sternenstaub waren mir auch komplett egal. Da es gleich vorbei ist, wollte ich trotzdem hier nochmal kurz drauf gucken und euch mal die Top 10 vielleicht von mir noch zeigen. Ihr könnt ja mal vergleichen und mal reinschreiben, wer bei euch die meisten Raids gemacht hat und wie viele. Ihr seht auf Platz 1 bei mir Cookie 89001 mit 377 Raids. Mega krass. Ist ein relativ neuer Freund bei mir in der Liste, aber ich sehe jetzt schon, bei dem geht es richtig gut ab. Wer hingegen nicht neu ist, ist Shinaya, Paula, Tick Dragonhunter. Auch hier 167, 131, 131. Dracheck haben wir hier dabei. Waldbacher. Wir haben Moonlight. Petcho Boy. Tick Keksler. Tick Sakura. Kai. Mr. Fister. Und dann geht es schon unter 100. Ich weiß gar nicht, wie viel das jetzt waren, aber trotzdem. Das war so eine kleine Übersicht, wie es bei meinen Freunden abging. Ich selber nur mit 61. Also der Ramses spielt gar nicht so krass und intensiv und suchtet den ganzen Tag. Beim Mewtwo, ja. Aber hier hatte ich ein Ziel. Das Ziel habe ich erreicht. Und dann kann man es auch wieder gut sein lassen. Egal, ob die jetzt hier eine Herausforderung reinbasteln oder nicht. Schreibt ihr mal drunter, wer bei euch auf Platz 1 war, wer das meiste hatte. 20 Sekunden ist das jetzt eh weg. Habt ihr den Staub genutzt? Oder fandet ihr die Belohnung relativ sinnlos, sagen wir es mal, und dass man das jetzt zwei Tage hatte? Es gab neue Pokémon in letzter Zeit. Will ich auch noch fix machen, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen. Und zwar gab es Gampisto und Algit. Jetzt wisst ihr, wie das bei mir immer ist. Ich versuche immer, die Pokédex-Einträge zu bekommen als männlich, als weiblich und auch als Lucky. Hier haben wir Algit für Ramses. Das ist jetzt ein Lucky-Männliches. Wenn ich das entwickle, habe ich die Weiterentwicklung als Lucky, als männliches. Und muss nochmal eins entwickeln, was weiblich ist. Im Pokédex sieht das Ganze dann also so aus. Ihr habt männlich-weiblich ausgefüllt. Ihr habt den Hintergrund Lucky. Ich habe gesehen, 39 und gefangen nur 12. Oida, das sind aber viele geflohen. Gotcha ist schuld. Ich sag's euch. Draußen bauen sie gerade ein Gerüst auf. Einer ist gerade runtergefallen. 39, 12 und ihr seht auch bei der Weiterentwicklung. Habe ich gesehen, aber habe ich noch nicht. Das möchten wir jetzt so machen, dass das auch so aussieht. Also entwickeln wir ein männliches, ein weibliches und ein Lucky. Bei Scampisto ist das im Prinzip das Gleiche. Hier haben wir auch ein männliches Lucky. Auch noch nicht entwickelt. Und ich habe auch noch keins gesehen von der Weiterentwicklung. Ihr seht, hier unten ist noch ein Schatten dran. Wir werden also dieses Scampisto jetzt erstmal weiterentwickeln. Für ein männliches und für den Lucky-Eintrag. Bei Algi dann auch so das männliche und für den Lucky-Eintrag. Dann muss ich, glaube ich, ein paar Sonderbonbons investieren. Ich habe zwar immer gesagt, investiert keine Sonderbonbons für Pokédex-Einträge. Irgendwann habt ihr die Bonbons sowieso voll und könnt das 50.000 Mal entwickeln. Nutzt die lieber für legendäre. Wumma. Das sieht ganz interessant aus. Was ist das jetzt eigentlich, sagt man? Das ist das Vieh und da klebt noch was dran. Och nein, oder? Oder ist das das Vieh? Und das klebt dran, Alter. Wie kriegt der das denn hier gebacken und so? Wumma sieht auf jeden Fall interessant aus. Jetzt haben wir den auch im Eintrag drin. Den werden wir auch entwickeln. Ich glaube, ich mache mal kurz das Fenster zu. Das kann nicht sein, dass die jetzt anfangen hier rumzubohren. So, einmal hier entwickeln. So. Da sind wir doch schon wieder. Und haben ein Tandrak. 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 Ja. Ist es nicht schön? Ich glaube, das ist eins der hässlichsten Pokémon, was ich je gesehen habe. Aber guckt euch den Buckel an. Guckt euch alles andere an. Also es ist auf jeden Fall... Näh. Jetzt brauche ich natürlich ein weibliches. Jetzt mache ich einen heimlichen Trick, der kein Trick ist. Ich gehe mal kurz hier hin. Habe hier zwei Algit. Und die sind sogar beide weiblich. Das ist sehr schön. Und das höchste von beiden, nämlich das hier mit 941, werde ich jetzt noch entwickeln. Ich brauche aber mehr Bonbons. Das hieß, ich suche mir hier von den 791, äh 794 Bonbons, wandle ich einfach ein paar um. Ich sage, ich weiß halt wirklich nicht, was ich sonst damit machen soll. Wir werden auch das entwickeln. Und dann müsste der Eintrag von ihm komplett sein. Sodass wir ein männliches, ein weibliches und ein Lucky haben. Früher habe ich immer geguckt und gehustelt. Ich habe so viele Raids gemacht, dass ich bei jedem Legendären so 250 Bonbons habe. Falls ich mal ein gutes bekomme, dass ich das direkt maxen kann. Mittlerweile durch die vielen Raids und alles andere. Habe ich so viele Bonbons bei den Legendären, dass ich die Sonderbonbons im Prinzip auch nicht mehr brauche. Ihr seht, vorhin war hier alles leer. Ja, jetzt haben wir männlich, wir haben weiblich. Wir haben den Lucky Hintergrund. Alles klar. Das gleiche machen wir. Können wir kurz gucken. Ach nee, wir können nicht gucken, wie hoch das kommt. Das gleiche bei Skampisto. Das ist auch weiblich. Das ist sehr gut. Die sind... Ach, zwei sind weiblich, eins ist männlich. Hier brauchen wir auch wieder noch ein paar Bonbons. Schmeißen da noch ein paar Bonbons drauf, okay. Bis wir 50 Stück haben. Ungefähr so. Werden das auch wieder entwickeln. Ein Skampisto. Ich glaube Skampisto zu Wummer. Ich glaube Wummer finde ich so genial. Da würde ich sogar vielleicht, wenn ich mal die Aufgabe habe, ein Pokémon zu Power-Uppen, vielleicht da trotzdem noch ein paar Power-Ups draufpacken. Und ich glaube, das kommt auch auf über 3000 WP oder irgendwas. Ist eigentlich eine feine Sache. Wir haben vorhin gesehen, irgendwas mit 1400. Superliga. Hier 2400 noch was. Hyperliga. Wer weiß es. Finde ich jetzt viel schöner als eben mit dem Lucky Hintergrund. Also muss ich wieder dazu sagen, ich finde den Lucky Hintergrund meistens richtig hässlich. Auch hier ist alles ausgefüllt. Pokédex-Eintrag männlich, weiblich und Lucky. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Thema, was ich noch hatte. Und zwar... Wer in letzter Zeit... Oh. Registriere 25 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Carlos-Region entdeckt wurden. Wer in letzter Zeit mal so aufgepasst hat, wenn ich im Stream mein Beutel aussortieren wollte, ich hatte heftige Probleme. Ich stand dann immer da und hab gesagt, so. Ich habe jetzt in letzter Zeit endliches gefangen. Ich brauche nicht alte Socken aussortieren. Ich muss nur neuere Pokémon aussortieren. Jetzt ist alles was neu ist. Wenn ihr Alter 0 eingebt, seht ihr alles was ihr an diesem Tag sozusagen gefangen habt. Alles was die letzten 24 Stunden... Ich glaube das zählt sogar nach 0 Uhr. Wenn ich Alter 1, dann ist das ein Tag her. Alter 0 ist aktueller. Wenn ich das eingeben wollte, hab ich gedacht, gut, das ist alles in letzter Zeit. Schmeiß ich alles weg. Sobald da aber irgendwo ein Lucky Pokémon mit bei war, ging es nicht. Weil ja immer dort standen, die Auswahl enthält Pokémon, die nicht verschickt werden können. Ihr musstet also dann eingeben, Alter 0. Und... Wo ist denn hier? Und? Und... Die Glücks-Pokémon raus... Äh, ausgrenzen. Also macht ihr ein Ausrufezeichen. Gebt Glücks ein. Dann sagt ihr, okay, es kann aber sein, dass da Legendäre noch dabei sind. Die müsste man auch einzeln raustrennen. Also musste man noch Ausrufezeichen eingeben. Und... Legendär... Dann... Konnte man immer noch nicht alle verschicken. Obwohl man die Glücks- und Legendären raus hat. Weil man musste noch... Die Shinies alle rauswühlen. Also musste man noch schillernd eingeben. Und dann hat man gemerkt, es geht immer noch nicht. Weil vielleicht eins, was man gefangen hat, in der Arena sitzt. Also musste man die Arena-Verteidiger auch noch rauswühlen. Musste noch mal eingeben. Dann... Verteidiger... Ja? Dann habt ihr so einen langen, komischen Suchbegriff. Und den jedes Mal eingeben. Ist auf jeden Fall ultra nervig. Und wenn ihr das dann raussortiert habt, seid ihr dann auf eins gegangen vielleicht hier. Dann habt ihr alles, was schon einen Tag alt ist. Und das alles raussortiert und alles rausgemacht. Aber... Irgendwie haben die das heimlich verbessert. Es ist einfach viel leichter. Ihr geht einfach auf Alter Null. Ja? Ihr markiert einfach. Und ihr könnt alles... Raussortieren. Ja, ihr könnt alles verschicken. Einfach so, wie es ist. Es lässt euch automatisch die Shinies da. Es lässt euch automatisch... Die Glücks-Pokémon da. Es lässt euch automatisch die Legendären da. Es lässt euch... Ihr seht jetzt hier. Ich habe 43 Pokémon markiert. Ich kann aber 41 nur verschicken. Normalerweise wäre es unten also grau. Und es würde mir sagen, ein oder mehrere Pokémon können nicht verschickt werden. Wenn wir jetzt hier mal durch die Liste gehen. Welche Pokémon sind denn problematisch? Hier? Jetzt checke ich gar nichts mehr. Jetzt ist 43 markiert und 41 verschickt. Da bleiben doch nur zwei übrig. Aber eigentlich müsste es ja jetzt alle verschicken. Außer die zwei Dimeteros. Weil die legendär sind. Außer Dratini. Weil ich da ein Sternchen dran gemacht habe. Außer Haspiror. Weil das Shiny ist. Wir probieren es mal aus. Normalerweise wäre unten der Verschick-Button grau. Und ihr könntet nicht verschicken. Und dann müsstet ihr immer suchen. Und wenn da zwischendurch irgendwo ein Shiny ist. Müsstet ihr das hier abwählen. Wenn zwischendurch irgendeins in der Arena sitzt. Müsstet ihr das abwählen. Wenn irgendwo ein legendäres dazwischen ist. Müsstet ihr die abwählen. Außer ihr tut das oben mit den Begriffen alles machen. Ihr könnt aber jetzt einfach nur zum Beispiel Alter Null eingeben. Was ihr in letzter Zeit gefangen habt. Geht auf verschicken. Ah. Jetzt weiß ich das Problem. Deswegen macht es vier. Ich habe hier wahrscheinlich erweiterter Versand drin. Ja. Gut. Da müsst ihr gucken. Erweiterter Versand. Wirklich nur ausstellen. Wenn ihr explizit gerade in dem Moment legendäre verschicken wollt. Ansonsten erweiterter Versand. Immer ausstellen. Wenn ihr irgendwann mal alles auswählt und wegschickt. Dann sind alle legendären weg. Das darf natürlich nicht sein. Wir machen das Ganze aber nochmal. Erweiterter Versand ist draußen. Und jetzt wenn ich Alter Null eingebe. Müsstet ihr ja das anzeigen. Dass vier übrig bleiben. 43 sind markiert. 39 kann ich nur verschicken. Das heißt es lässt mir automatisch vier Pokémon übrig. Und das sind genau diese zwei Dimiteros. Oder Dimiterios. Dann das Shiny Haspiror und das Tratini. Wenn ich also jetzt auf verschicken gehe. Kann ich einfach verschicken. Wo es vorher nicht ging. Wo es mir vorher immer einen Fehler angezeigt hat. Und ich habe genau diese vier da. Ich muss nicht mehr Ausrufezeichen Schillern eingeben. Um die abzuwählen. Ich muss nicht mehr Ausrufezeichen Legendär eingeben. Um die abzuwählen. Und ja gut. Die Favorisierten konnte man eh nie abwählen. Das heißt sobald ihr irgendwo mal ein Häkchen. Ein Sternchen an den Pokémon gemacht habt. Und ihr habt dann den ganzen Bündel wolltet ihr wegschicken. Ging es nicht. Weil irgendwo in diesem Bündel von 300 Pokémon eins einen Stern hatte. Das musstet ihr dann einzeln raussuchen. Die ganze Zeit durchscrollen bis ihr das habt. Das habe ich übrigens mit einem Stern markiert. Weil das ist glaube ich ein 96er. Kam aus einem Ei. Ist gebrütet. 19.4. Was ist heute? 19.4. Sehr schön. 96er Dratini habe ich mal so drin gelassen. Kanntet ihr das schon? Wusstet ihr das schon? Habt ihr das schon bemerkt? Für mich ist das neu. Für mich ist das noch eine neue Info. Ich weiß nicht. Ich habe gedacht, ich erzähle das mal. Ich berichte mal davon. Ich finde es nämlich sehr cool. Es spart auf jeden Fall viel Arbeit. In letzter Zeit mache ich das nur noch so. Wenn ich dann hier fertig bin, gehe ich auf Alder 1. Und dann sehe ich, es ist alles gecleared. Weil es ist nur ein Verteidiger da. Es ist nur ein Lucky da. Es ist nur ein legendäres da. Wenn ich auf Alder 2 gehe. Uh, wie sieht es denn da aus? Mann, ist das unordentlich. Jetzt könntet ihr hier das nehmen. Alle auswählen. Und könnt einfach auch verschicken. Und es verschickt halt wirklich nur die zwei Makuhita. Und lässt euch die Dimiteros drin. Ohne, dass ihr eingebt, Alder 2 und Ausrufezeichen legendär. Damit es nur eben die auswählt. Wenn ihr natürlich den Button anhabt. Also wenn ihr natürlich den Haken reingesetzt habt bei erweiterter Versand. Hätte es jetzt auch die Dimiteros alle gleich mitgeschickt. Ihr könnt also gut arbeiten mit der Sache zusammen. Aber ich glaube, wenn ihr wirklich mal Legendäre ausmisten wollt. Macht den Haken rein. Gebt nur legendär ein. Und sucht euch die dann so raus. Macht das nicht generell allgemein im heftigsten, in der allgemeinen Übersicht. Das labert ja. Ich kann doch ganz kurz zeigen mal auch, wie es bei mir jetzt aussieht. Hier mit Shinies. 1650. Wir haben nämlich nach dem Serpifoi C-Day ein Haspiror bekommen. Ein Nagelotz, zwei Waumpel und ein Haspiror. Waumpel brauche ich gar nicht mehr. Aber ich glaube, Waumpel ist ein Pokémon, was viele natürlich noch gerne in Shiny hätten. Da ihr das hier entwickeln könnt zu Dings und Bums. Und dann Bums nochmal zu Dings und andersrum. Und wenn man da die Familie voll haben möchte mit Waumpel. Das ist auf jeden Fall ein bisschen creepy. Da ihr ja, ihr könnt das ja nicht beeinflussen. Ihr könnt die Entwicklung nicht beeinflussen. Das ist wirklich völlig random. Ihr könnt Glück haben. Ihr entwickelt das Waumpel. Kriegt ein Schalocko. Oder ihr sagt, ach man, das zehnte Schalocko. Ich brauche das andere. Und ihr braucht wieder ein neues Shiny Waumpel. Ihr braucht wieder ein neues Shiny Waumpel. Außer man entwickelt die beiden gleich. Man sieht, aha, das eine ist das, das andere das. Und wenn jemandem das andere fehlt, sagt man, habe ich hier, kannst du haben oder so. Also ihr nicht. Nein, keine Ahnung. Werden wir schon sehen. Das war es aber auf jeden Fall. Das wollte ich nur sagen. Na, Yentic hat einfach ein neues Feature überarbeitet und nochmal verbessert. Wie ich finde, Pokédex Einträge noch geholt. Aktuell neuster Stand. Nochmal kurz was zu dem Event gesagt. Also zu dieser Herausforderung. Die Anzeige ist jetzt bestimmt weg, oder? Finde ich schade. Meiner Meinung nach könnten sie das einführen, dass immer zum Wochenanfang sich das aktualisiert oder resetet und ihr dann seht, wer in der Woche der Aktivste von euch so ist. Von euren Freunden, wer viele Rates gemacht hat. Fändet ihr das cool? Wenn ihr immer sehen würdet, diese Woche hat der die meisten Rates gemacht. Und ich habe so und so viele Rates gemacht und ihr teilt diese Infos mit euch. Oder findet ihr, das geht niemandem was an. Und ihr möchtet nicht, dass man euch so in die Karten guckt. Gibt es bestimmt auch wieder geteilte Meinungen. Ich fand die Anzeige auf jeden Fall sehr interessant. Auch wenn ich nur 61 Rates hatte. Und mir dann denkt, toll. Wie langweilig bin ich denn, wenn die alle über 100 haben. Oder einer über 300. Ja, aber du siehst auch, wie aktiv deine Leute sind und wer viel Wert auf Rates legt. Fand ich halt so cool. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.